ja mal was geht heute mal ein video heute haben wir einmal die lego minifiguren mupeds aus disney simu pack ab fünf jahre ja das haben wir einmal dann haben wir 3er pack serie keine ahnung serie 2 duftedition ok und dann haben wir noch einen einzelnen ich glaube wir fangen mal an wir fangen hier mit an das stelle ich meine kurz mal hier auf und geben das mal aus schweinchen und ich finde das hier wird den comic schwierig schwierig irgendwie irgendwie machen wir gucken mal in die anleitung was noch für figuren gibt zum glück ist das ding sich gerissen die ganzen zwölf und gibt es immer angreifen als ich die frösschen mit den regenbogen wir haben die hier die sechs genau hier haben wir drei stück ich weiß nicht dass alle die dürfte hier haben wir die erste figur hier ist mir die erste figur mit einem locker glaube ich in schön den 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 zehn orange gehalten und ja die figur eher anlotscher wir hatten auch ein lotscher hier in der hand riecht mich ja das ist die erste figur die anleitung wir haben ein duftenden vanille wir haben die erste figur hier schön in pink mit weißer blumen gelb und blau da drin befindet sich diese figur hier ja mit auch die gleiche anleitung und die erste duft richtig schön die riecht echt krass ich wünsche dir jetzt riechen die riecht so echt auch vanille ne die figur finde ich am besten riecht echt schön und ja machen wir weiter mit die nächste machen wir weiter mit dieser figur hier für finis serie ah ne das serie 3 und das glaube ich 2 hier gibt es die 5 die reten für die figur ich wusste es wir haben die selten noch ich kann einfach alles erfüllen versteht ihr die hier mit der goldenen kammer ich habe gar keinen bock das im wasser zu legen hier die goldene kammer also ich möchte das hier wirklich so glitzig so schön mal wieder rein und ich habe es einfach gewusst ich habe einfach vorher gefühlt nur nicht ernst und wir haben einfach bekommen weil ich einfach alles weiß bumm aber schöne figur echt die ist richtig schön weil das die keinen geruch hat ah ja ich kann nicht ich kann nicht hier eigentlich mal zeigen so 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 bumm 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 ich kann euch aber zeigen äh hier hier sind die duftenden hier oben hier oben sind immer alle zu sehen und ja das war es mit dem Video unsere Ausbeute ist das hier bumm 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 ich bin super zufrieden damit also besser hätte es gar nicht hier oben können weil ich wusste immer dass wir den bekommen so schön schön ich finde es schön ich hoffe euch das gefallen lasst ein Abo und Like da aktiviert die Glocke wenn ihr nichts mehr verpassen wollt ich hoffe euch das gefallen lasst einen Kommentar da und ein Like und Ciao